Im Mitten der aktuellen Medienrevolution trägt IMK das Institut für Medienkommunikation mit seinen Visionen und Kompetenzen zur rasanten Entwicklung bei. Tauchen Sie ein mit IMK in virtuelle Welten. Die Interaktion mit dem digitalen Brunnen erinnert an den Mythos des Narzissus. An der Schnittstelle von Kunst und Technologie erforscht IMK das kreative und soziale Potenzial der neuen Medien und entwickelt neuartige Interaktions- und Kommunikationsformen. Im Expo-Beitrag Kameramusika experimentiert der Besucher auf spielerische Weise mit der musikalischen Komposition. Jede Bewegung im imaginären Raum findet sofort ihre klangliche Entsprechung. Beim virtuellen Flug durch das antike Xanten navigiert der Benutzer mittels seiner Körperbalance. Neuartige Mensch-Maschine-Schnittstellen, wie hier die Virtual Balance, ermöglichen eine sinnliche, intuitive Interaktion mit dem digitalen Raum. Beethoven. Durch den Einsatz digitaler Medien und leistungsfähiger Computernetze wird sein Erbe der weltweiten Öffentlichkeit und der Wissenschaft besser zugänglich gemacht und gleichzeitig geschützt. Im digitalen Beethoven-Haus lassen sich Kompositionen und Originaldokumente des Bonner Beethoven-Archivs mit Hilfe digitaler Bibliotheken, Multimedia-Retrieval-Systeme und virtueller Umgebungen multimedial erfahren. Beim interaktiven Fernsehen verschmelzen digitale Broadcast-Anwendungen und interaktive Internetdienste. Die Multimedia Home-Plattform wird dem Nutzer eine einfach zu bedienende Schnittstelle zwischen den Endgeräten und den neuen multimedialen Diensten bieten. IMK, der Pionier des elektronischen Programmführers, bündelt Kompetenzen in Set-Top-Box und virtuellen Studiotechnologien zur Entwicklung innovativer, marktgängiger Lösungen. Im eigenen virtuellen Studio entwickelt IMK neuartige Produktionssysteme für verteilte Anwendungen, virtuelle Akteure und virtuelle Kulissen. Das erste Tracking-System für völlig freie Kamerabewegung führte bereits zu einer erfolgreichen Ausgründung. In professionellen Produktionen mit externen Partnern, unter anderem für Business-TV und E-Learning-Applikationen, werden innovative Inhalte umgesetzt. Storytelling in der Cyberstage. IMK realisiert einzigartige Virtual-Reality-Konzepte für Marketing, Unterhaltung und Ausbildung. Bei dieser gemeinsam mit der Ausgründung RMH hergestellten Produktion für ein Pharmazieunternehmen handelt es sich um die weltweit erste Produkteinführung mittels einer CAVE. Industriedesign auf der in IMK entwickelten Responsive Workbench. Der Designer der Zukunft zeichnet, formt und modelliert freihändig virtuelle Entwürfe am interaktiven Multimedia-Arbeitsplatz. Visualisierung einer Crash-Simulation. Mit der in IMK entwickelten Display-Technologie und Software-Infrastruktur für verteilte Systeme können Engineering-Prozesse in virtueller Teamarbeit ablaufen. Innovative Hochgeschwindigkeitsnetze werden den Kommunikationsanforderungen gerecht. Die Visualisierung Seismischer-Daten dient der Planung von Bohrlöchern für die Öl- und Gasindustrie. Mit der patentierten Cubic Mouse wurde dem Benutzer ein einfach bedienbares, intuitives Eingabegerät für computergrafische Anwendungen zur Verfügung gestellt. EMK. Your key to the world of new media. Eingabeger-Technik. Eingabeger-Technik. Klientiker-Technik. Eingabeger. Eingabeger-Technik. Vielen Dank.